Ajo, was gefunden habe ich? Da werde ich kurz überleicht in der Folge von Letztes bei Deiner 2 sitzen, wenn sie hier stehen geblieben und wir sprechen jetzt mal mit Laon. Mal gucken, was sie uns zu sagen haben. Alle guten Dinge müssen ein Ende nehmen. Der Schlechter und die Deppen auf meiner Liste, die werden das auch bald herausfinden. Ich gehe zurück, um nach ihnen zu suchen. Du solltest auch nicht hierbleiben. Äh, Aiden, es tut mir leid, dass du deine Schwester nicht gefunden hast. Na, danke. Wenigstens hast du noch Worts. Er weiß wahrscheinlich, was mit ihr passiert ist. Wenn ich ihn finde, lasse ich es dich wissen. Viel Glück. Pass auf dich auf, Laon. Wiedersehen. Hallo, hallo. Wir werden angegriffen. Abtrünnige. Sie haben uns auf der Insel umzingelt. Wir haben keine Chance. Ich will euch an. Oh, Gottes Willen. Warte mal. Warte mal. Da retten wir die Habibis mal. Die dunkle Höre. Fresh. Ach, die Gott. Ach, die Gott. Hey, das war mal die gleiche Wichsung. Aber der Falsche ist wirklich der, der Gleiter ist ein Witz. Aber wie viel Leben ich jetzt verloren habe, weil ich wegen der Scheiße. Ist das nur Rauch? Die PKs haben die Abtrünnigen diesmal richtig angepisst. Die PKs haben die Abtrünnigen diesmal richtig angepisst. Und was? 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 Oh, du Wurensohn. Schöße. Warte. Fertig. Was haben wir ja schönes, Digga? Ah, hier war's. Okay, das ist das hier. Das ist das. Gibt's irgendwie für... Seh ich irgendwie für mehr Power oder so? Was nehm ich denn? Ja, ich nehm jetzt schon das. Ja, Digga, verfickter... Ey, Botman! Hurensohn, Digga. Boah, langsam fucken mich die Gegner richtig ab. Ohne Witz. Langsam fucken die so derbe ab, Junge. Ist der Wahnsinn. Warte mal, hab ich Heilung oder sowas? Ja, hab ich... Habe ich auch irgendwas zum Werfen? Ja, hab ich... Bei mir ist jetzt Schluss mit lustig. Ja, Digga, ist das, was soll ich machen? Ja, Digga, ist das, was soll ich machen? Guck, ich weich auch, es bringt nen Scheißdreck, Digga. Guck, ich weich auch, es bringt nen Scheißdreck, Digga. Guck, ich weich auch, es bringt nen Scheißdreck. Guck, ich weich auch. Guck, ich weich auch. Guck, ich weich auch. Guck, ich weich auch. Kannst rauskommen, die tun dir nichts mehr. Guck, du würdest gern sehen, wie ihr euch noch zu trinken. Was ist hier passiert? Wir waren bei der Arbeit, da griffen sie an. Sie wollten unsere Vorräte, haben wahllos drauf gehauen. Aber alle haben sie nicht erwischt. Wo ist der Rest? Hab niemanden gesehen. Ich fürchte, sie haben sie mitgenommen. Oh Gott. Maria, Robert, sie haben meine Freunde mitgenommen. Ja, ja. Weißt du, wohin sie deine Freunde gebracht haben? Keine, ich fühle mich. Das muss ich die Rettnisse. Dort haben die Abtrünnigen ihr Lager. Wirst du ihnen helfen? Bitte? Muss ich ja. Hier gibt es keine Peacekeeper. Niemand, der helfen könnte. Ich versuch's. Danke. Sei vorsichtig. Sie haben möglicherweise Außenposten auf dem Weg. Ich werde dich per Funk anleiten. Ich heiße Casper. Super, freut mich. Ich bin beiden, die beiden. Mona, bin ich okay. Scheiße. Scheiße. Dreck. Alkohol. Wie ist das? Und wer sonst noch? Hier links noch ein paar Sachen. Cool. Arznei ist immer wichtig. Steig. Sonst ist hier, glaube ich, nix mehr. Großes Aul hier. Noch ein Armreif. So, warte mal kurz. 113 Meter. Das ist schon geil, das. Also meistens ist es geil, es bringt halt wirklich viel was. Aber so zum weit fliegen und so, das hätte ich gedacht. Ja wow, wo komm ich jetzt rein? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Hier. Hier falsche Richtung. So. Diese Überlebende hatte recht. Hier läuft wirklich etwas gewaltig schief. Ich bin am ersten Außenposten. Keine Spur von deinen Freunden. Sie sind sicher Richtung Lager weitergezogen. Mötter nach Westen, auf der Furten Tower Road. Schnapp sie dir, bevor sie da ankommt. Schon unterwegs? Nein, ich verstehe das nicht. Sie meinten, die Abtrünnigen seien gefährlich. Der Waffenstillstand hat aber viele Jahre gehalten. Es ist, als ob sie keine Angst mehr vor den Peacekeepers hätten. Was hat sich geändert? Vielleicht finden wir das bald heraus. Ich melde mich. Oh ne, nicht schon wieder. Was? Keine Lust hier, es nervt mich nicht. Jedes Mal wieder. Ja. Versteck. Was ist hier drin? Ja, Stoff. Eine Dose. Ja. So. Digga, willst du mich verarschen? Ich wollte gar nichts sagen, Alter. Gib mir das, auf entspannt. Kann man sich verstecken. Dietrich Schwerler, super. Okay, hier nicht. Oh, ja. Warte kurz, ich muss noch kurz Dietrich machen. Schaltigkeiten. Meine Fresse, wo denn Digga? Jetzt. Es ist halt... Ganz, ganz geringer Spülraum, du musst. Sie haben vielleicht beim Ausblick beim Windrad auf dem Garrison Boulevard gemacht. Beeil dich. Wenn Sie das Lager erreichen, wird die Rettungsaktion nur schwerer. Ich werde sie einholen. Ich glaube, ich habe gesehen, wer diese Abtrünnigen anführte. Es war Elias. Ein Überlebender. Er lebte vor zwei Jahren in der Gegend. Vor der Epidemie war er Anwalt. Ein Mann mit Prinzipien. Dann ist er verschwunden. Es gab viele Gerüchte. Verschwunden. Vor einem Jahr schnüffelte die Detektiv hier um. Einer der Männer des Schlechters, wie es hieß. Und dass er damals für die GRE gearbeitet hätte. Er versuchte, die Leute davon zu überzeugen, zum Staudamm zu gehen. Er versprach ihnen Waffen. Diejenigen, die auf ihn hörten, kamen niemals zurück. Als ich Elias vorhin sah, sah er ziemlich fertig aus. Als ob er unter Drogen gestanden hätte. Und in seine Augen... ...feuterregend. Als ob niemand mehr dahinter wäre. Ich schau mir das an. Das war der Gerüchte! Tschüss. Wärme! Toll! Stärk! Stark, Digga! Der Typ nervt mich langsam, ohne Witz. 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 Es ist eine Seite. Vielen Dank. Wir werden das nie vergessen. Hier lang. Da ist eine Seite. Hallo, hier ist Aiden. Deinen Freunden geht es gut. Danke, Aiden. Wir stehen tief in deiner Schuld. Das Ding haben wir auf jeden Fall. Was ist das? Ich kann es leiden. Wählen wir noch für Kampf. Ja gut, für Kampf fehlt noch ein bisschen. Na komm. Okay, dann nehmen wir hier mal alles mit. Auf entspannt, du weißt. Die drei Schweine. Mann, gib ihm die Mutter, oh Pitschko, du scheiß Hundesohn. Jetzt. Reis, ist das denn ernst? Gut, Dietrich kann ich nicht mehr machen ohne Ende, so ist jetzt nicht das Ding, aber... So. Perfekt. Okay, Mittel, was ist hier drin? Das ist mal, oh, ein Basic. Chillig. Oh, Honig. Allein Ziegel. Okay, ist nichts. So, warte mal kurz, jetzt kurz Fertigungen. Chillig. Chillig. Chillig, wichtig, Digga, wichtig. Einfach wichtig, Digga. Was ist hier der Ausgang? Was ist hier sonst drin? Uh. Crash. Okay, Bro. Was ist denn da unten? Ein Evakuierungskonvoi. Hier, warte. Alter. 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 Ich find die Axt Krasper, die ist so golden. Ich find die Axt Krasper, die ist so golden. Ja, Digga... Ich kann nichts machen, wo ich so viele Zombies bin. Fish. So, was ist eigentlich da oben? So, was ist eigentlich da oben? Junge, du bist so behindert. Aber okay, das ist okay. Ich dachte, ich wäre jetzt ganz unten gefallen. Da wäre ich komplett ausgerüstet. So, was ist eigentlich da oben? Sehr geil, Digga. Sicherheitszone. Ist auch eben den Pen und so wahrscheinlich, ne? Oh, hier, der Bereich, Digga, den hat mich so ein bisschen, so ein bisschen an zu Hause, an selber und so, Digga. Aber ein bisschen. Stromwerk links. Oh, ich mach das mal. Ja, alles klar. Okay, A, A. Hmm, B. Gibt es hier eine Möglichkeit, hier rüber zu gehen? Ah, ich weiß wie. Okay. Ich hab mit dir solche Dinge, Digga. Gut, aber nicht jetzt. Küss dein Herz. So. Du bist ja, wie du hast. sucks. Du bist ja. Ich geh mal die 1. Ich geh mal drauf. Du bist ja nicht. Das ist ja nur so. Es halt so ein bisschen. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Also nicht beiseite. Du bist irgendwie von oben nach unten, glaube ich. Das ist jetzt erstmal ein... Fuck. Was machst du denn? Mach es doch so, Junge. Mach es doch nicht kompliziert, als es ist. Warte mal. Wo zum Fick ist jetzt C? Wo zum Fick ist C jetzt? Warte, ich bin erstmal hier, siehste. Dann kannst du erstmal hier so, Vorsicht, runter. Kannst hier die Dinger öffnen. Siehste, und dann hast du hier erstmal... Hast du hier erstmal C. So, ich musste es da vorne. Die Frage ist... Das reicht nicht aus, Bro. Das reicht nicht aus. Endstoffbehälter, in der Nähe. Wie machen wir das? Es geht aber genauso wenig. Es geht genauso wenig. Einzige Möglichkeit wäre, wenn du... So gehst. So. Genau, das ist es. Ich fick deine Toten, du Hurensohn. Du Hurensohn. Ich fick deine Toten, du Hurensohn. Was klemmst du das Kabel ab, du Hurensohn? Sorry, das muss jetzt sein, Alter. Gehört mich das ab, du Hurensohn, manchmal. Ey, du kriegst echt ne Meise. Jetzt Kabel anbringen, genau. Nicht lösen. Oh, Gottes Willen. Ich brauch, ich brauch nen Code. Safe-Kombination, Hinweise. War das nicht hier? Ja, Safe-Kombination. Was? Approximate... Number of... Ungefähr der Größe von Pi. Das ist mir zu kompliziert, oder? Gut. Ich hab kein Bock jetzt hier, keine Ahnung. Das ist das Pythagoras zu lernen, die Scherz ins Knöpen. Lade, komm. So, welche Dingens ist das jetzt? Ne, das ist es nicht. Hey, wo ist jetzt? Die sind ja nicht mehr alle, Dinger. Das meins ist jetzt... Hey, das... Ist jetzt nicht mehr mit dabei. Oh, mich das abfuckt, Alter. Ja, wo bin ich hier überhaupt? Karte. Gerne ist ein Stromwerk. Da, genau. Ja, ich weiß das, du Bastard. Aber sag mir doch die Nummer, du Hurenkind. Die erste Biomarke... Da, drei, eins, vier... Da, drei, eins, vier... Da, drei, eins, vier... Ich weiße. Ich weiß es. Wie ist das? Die Nummer eins. Das ist die Nummer zwei, oder was? Und das ist die Nummer eins? Okay. Das ist doch easy. Das lass ich mal hier hoch. Oh, das macht so laune dieses Dings, Alter. Kann ich hier so... Ne, das geht nicht. Du kannst halt überall hin so. Machen wir das erstmal auf. Geht das nicht auf? Ne, von außen verschlossen, also von innen verschlossen. Dann muss ich von oben rein. Nein. Ach, du bist so ein Spaß. Wallah, du bist so ein Spaß. Warte kurz. Immunität. Warte mal, warte mal. Ach, Junge. Warum... Jetzt weiß ich gar nichts mehr, Alter. Warte mal, jetzt warte, 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 warte. Ich hab oben irgendwas geöffnet. Ich hab oben irgendwas geöffnet. Kann ich... Kann ich auch nicht. Warum kann ich hier nicht hoch? Warum... Ach, Digga, komm. Blas mir den Schwanz, Huanzer, Digga. Meine Fresse. Was ist hier unten? Das ist die Nummer zwei. Das war jetzt immer die Nummer zwei oben. Oder war das die Nummer eins? Ne, das war die Nummer zwei. Okay, okay. Super, toll. Gefällt mir so gut. Verstärkt. Dann war das aufgemacht. So, Junge. Willst du mal Heilung geben? Ah, das Stromwerk ist richtig Wahnsinn. Das Stromwerk ist richtig Wahnsinn. Ich komm ja gleich am Ende, Digga. Da hat kein Bock mehr hier rum zu... ...rum zu... ...rum zu... ...ja, das ist mir ein bisschen zu eng. So, mach auf, die Wichse. Hi, super Dankeschön. Die Nummer eins fehlt noch, Bro. Habe ich echt keinen... Wer ist die Wichse, Digga? Hatte ich gehört, ein Inventar? Doch hab ich... Scheiße. Aber warte mal. Ja, der will nicht hoch, Bro. Ich will so auf der Seite, weißt du, ich mein? Ja, der will nicht hoch, Alter. Er will nicht hoch, Alter. Er brauchst du gar nicht, du kannst hier auch. Ja, super. Er hat mir das mal gesagt. Auch von innen... Aber hier wird die Ziger nur doppelt. Alles von innen verschlossen. Ja, so die Scheiße. Was ist das? Easy. ich hab jetzt auf gut deutsch gar nichts erreicht indem ich jetzt hier rüber gesprungen bin die frage ist halt wie komme ich jetzt da rein da rein wie komme ich da rein das ist jetzt die frage wie komme ich da rein die ist von da verschlossen und die ist von hier verschlossen das ist jetzt die frage wie kommst du jetzt da rein und ich kann es ehrlich nicht sagen ich bin schon bei 46 minuten und ein paar schließfächer was soll hier drin sein kippen wir nicht super sehr interessant verstehe ok natürlich kann ich nicht den dings rufen oder ich kann denn nicht sagen wichtig mal ich weiß es nicht klar ich bin wirklich ich bin ratlos hier ist alles verkabelt die 1 fehlt mir aber ich weiß nicht mal wo die 1 ist die göh die und die die Ah, ich bin auch ein Ziegenficker, Digga. Ich bin auch ein Ziegenficker, Digga. Einmal genau gucken, bitte. Ja, super. Er juckt mich nicht. Ich hörte von Rouths rückzug von der Insel. Ich hoffe, Matt weiß, was er tut. Sehr stark, perfekt. 10 Minuten noch mal noch. 10 Minuten noch mal noch. Es war scheiß auf die Hauptmission, haben wir keine Zeit, ich mach mal, kann ich das machen? Wir dauern hier aus, zweit oben. Wir dauern hier aus. So, das kann ich, ok, ich kann wie sonst hier so hoch. Oh, was muss ich da? Ja genau, Digger. Komm her. Oh, Lutsch. Er ist noch lange nicht vorbei, Alter. Ich hab ein Heilung. Bisschen wenig. Uh, fresh. Fertigungen. Erstmal machen die Schüsse. Wenn der sich nicht alles gebrochen hat, weiß ich auch nicht. Let's go, Jomo. Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, Junge, kurz mal geben hier die Schelze. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Alter, mach mal auf hier die Säsche. Hast du das gesehen? Hier, wer noch, Bro, wer noch? Wer noch, wer noch, wer noch? Bro, ich weiß ja nicht mal wo und wie hin und wohin und was. Ich sehe noch mal Gegner. Das war so. Ja. Das war so. Ich f*** deine toten Geburenzonen. Ich f*** deine toten Geburenzonen. Ich f*** mich, wovon das Hauptquartier ist von den Pissnäken. Weißt du, wie ich mein? Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, Digga. Oh Gott, das Game ist so ätzend. Das Game ist so ätzend gerade. Oh ne, keinen Bock mehr. Okay Jungs, das ist es gewesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von 902. Bis denne, haut da rein und bis dann.